Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute gibt's Match 1 aus meiner Mini-Kampagne zu Rangers of Shadow Deep. Und zwar habe ich nicht alleine gespielt, sondern mit dem Sven und seinem Sohn Gideon. Und gespielt haben wir Mission 1 aus dem Rangers of Shadow Deep Regelbuch Die Vermissten. Keine Woche ist vergangen, seit die Schatten erschienen sind und Lorenzia zerstört wurde. Es ist eine Zeit, in der sich die Welt auf den Kopf gestellt hat. Es gibt Berichte von seltsamen Kreaturen und bösen Männern, die über die neuen Grenzen strömen. Obwohl das Königreich jeden Soldaten, jeden Ranger und jeden Freiwilligen mobilisiert hat, so ist die Unterzahl dennoch groß. Vor drei Tagen hat sich unser geliebtes Herrchen, der altgediente Ranger Aventin, aufgemacht, um einen Angriff auf ein nahegelegenes Dorf zu untersuchen. Er kam nie zurück. Fest entschlossen, den verschollenen Ranger zu finden, machen wir uns zusammen mit unseren Gefährten auf den Weg in das Dorf. Die Wanderung dauert acht Stunden und führt durch schwieriges Gelände. Szenario 1 Das verlassene Dorf Bereits aus der Ferne können wir erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Kein Geräusch ist zu hören, nicht von Menschen, nicht von Tieren. Außer den sich sanft im Wind wiegenden Bäumen bewegt sich nichts. Als wir näher kommen, sehen wir leblose Körper im Schmutz liegen. Der Gestank des Todes ist allgegenwärtig. Ohne mit der Wimper zu zucken, bedecken wir unsere Schnauzen und gehen weiter. Was auch immer hier passiert ist, es ist unsere Pflicht, die Wahrheit herauszufinden und, falls möglich, etwas über den Verbleib von Aventin zu erfahren. Als unsere Gruppe die Dorfmitte erreicht und wir uns gerade für die Suche aufteilen wollen, hören wir ein schreckliches Stöhnen. Auf dem Spielfeld werden sechs Hinweismarker platziert. Die Aufgabe unserer Helden ist, so viele der Hinweismarker wie möglich zu untersuchen und bis zum Ende der achten Runde zu überleben. Klingt doch ganz einfach. Meine kleine Bande wird angeführt von Sir Huscard, meinem Ranger, gefolgt von Fidorius, dem Zaubeller und Diego, dem Schurken. Sven's Ranger ist Tancret de Monfort und er wird begleitet von den Bogenschützen Guillaume und Bertrand. Gideons Ranger ist Haggy und er wird begleitet von Stumpi, dem Gardist und Squiggy, dem Kampfhund. Zu Beginn des Spiels werden alle unsere Banden in der Dorfmitte aufgestellt. Außerdem werden vier Zombies und zwei Riesenratten platziert. Dann darf einer unserer Kämpfer noch einen Wahrnehmungstest machen. Der Test ist erfolgreich und wir dürfen jetzt einen Hinweismarker ein Stückchen auf uns zubewegen. Jede Runde beginnt mit der Ranger-Phase, in der wir zuerst unsere Ranger aktivieren können und ich aktiviere Sir Huscard und seine Spezialfähigkeit Dash, damit er sich gleich 7 Zoll zum Hinweismarker bewegen kann. Jede Spezialfähigkeit kann nur einmal pro Spiel eingesetzt werden. Weil ich mich in Kontakt mit dem Marker bewegt habe, untersuche ich ihn jetzt automatisch. Und wie könnte es anders sein? Ich finde direkt den toten Körper meines Herrchens Aventin. Ich muss gegen die 6 oder höher testen, ob ich sein magisches Schwert an mich nehmen kann, aber das schaffe ich leider nicht. Sven's Ranger, sorry, den Namen werde ich nicht jedes Mal aussprechen, bewegt sich an den nächsten Hinweismarker und durchsucht ihn. Er findet einen Körper mit Bissspuren und muss jetzt einen Überlebenstest ablegen. Der Test ist erfolgreich. Wir finden heraus, dass es sich um Spinnenbisse handelt und bekommen am Ende des Spiels mehr Erfahrung. Dann feuert Tancred noch seinen Bogen auf den nächstgelegenen Zombie ab. Beide werfen einen Würfel und Sven addiert seinen Beschusswert und der Zombie seinen Nahkampfwert und Sven gewinnt mit einem Endergebnis von 18. Davon wird der Panzerungswert von 12 des Zombies abgezogen, was insgesamt 6 Schadenspunkte bedeutet und genau ausreicht, um den Zombie zu töten. Haggy bleibt stehen und feuert seinen Bogen auf den nächsten Zombie ab. Auch er gewinnt das Duell mit einem Endergebnis von 18 und der Zombie geht zu Boden. Jetzt kommt die Monsterphase und die Zombies bewegen sich auf unsere Kämpfer zu. Genauso wie die Riesenratten, die sich beide mit Stumpy in Kontakt bewegen. Eine der Ratten war auch nah genug dran, um noch attackieren zu können und greift Stumpy mit Unterstützung der anderen Ratte an. Der Wurf ist plus 2 gegen plus 3 und Stumpy gewinnt. Und zwar souverän genug, um die Ratte auszuschalten. Jetzt sind unsere Gefolgsleute dran und ich aktiviere Fidorius, bewege ihn ein Stück zur Seite und dann bellt er die Zauberformel für brennendes Licht und erwischt damit beide Zombies im Umkreis. Der erste Zombie erleidet keinen Schaden und der zweite wird mit einem Endergebnis von 14 getroffen und er leidet 2 Punkte Schaden. Svens erster Bogenschütze eröffnet ebenfalls das Feuer auf den Zombie, trifft ihn souverän und schaltet ihn aus. Squeaky bewegt sich in Kontakt mit der überlebenden Ratte und greift sie an. Und auch hier landet Gideon wieder einen souveränen Treffer und die Ratte wird verspeist. Diego aktiviert und rennt in Kontakt mit dem nächsten Hinweismarker. Er wühlt ein bisschen im Boden rum und findet... einen Zombie. Svens zweiter Bogenschütze schießt auf den letzten Zombie. Er gewinnt das Duell, würfelt aber leider nicht hoch genug, um Schaden zu machen. Zuletzt aktiviert noch Stumpy und bewegt sich in Kontakt mit dem nächsten Gebäude, in dem auch ein Hinweismarker versteckt ist. Damit endet Runde 1 und bisher für uns ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Wir ziehen jetzt für die nächste Runde eine Eventkarte und ein Zombie erscheint in Kontakt mit einem zufällig gewählten Hinweismarker oder in diesem Fall einem Gebäude mit einem Hinweismarker. Sir Huskart ist so richtig sauer über den Tod seines Herrchens und aktiviert seine Rasereifähigkeit und attackiert den nächsten Zombie. Das bedeutet, für die Attacke habe ich einen Plus-8-Bonus und das reicht mehr als aus, um den Zombie in Stücke zu reißen. Tancred feuert auf den eben erschienenen Zombie, verfehlt ihn aber. Und dann bewegt er sich noch auf ihn zu. Haggy bewegt sich an der nächsten Hinweismarke heran und durchsucht ihn. Haggy findet ein paar seltsame Spuren und muss jetzt einen Spurenlasertest schaffen. Er braucht eine 4 oder höher und ist erfolgreich. Das bedeutet noch ein paar extra Erfahrungspunkte am Ende des Matches. Einer der Zombies aktiviert und attackiert meinen Diego. Allerdings wird kein Schaden verursacht. Dafür ist er einfach zu flink. Da ich den Kampf gewonnen habe, entscheide ich mich, den Zombie 1 Zoll wegzuschieben. Der zweite Zombie stürzt sich auf Sven's Ranger. Der Zombie gewinnt das Duell und verursacht 1 Punkt Schaden. Diego hat eher keine Lust, sich alleine mit dem Zombie auseinanderzusetzen und haut in Richtung Spielfeldmitte ab. Ein Bogenschütze begibt sich in Position und feuert dann auf den Zombie. Aber er verursacht keinen Schaden. Stumpy versucht mit einem Stärketest gegen die 8 die Holztür aufzubrechen. Er hat Stärke plus 3 und schafft es gerade so. Dadurch sammelt er den Hinweismarker im Haus auf und er findet einen Schatz, dessen Inhalt am Ende des Spiels bestimmt wird. Fedorius aktiviert und bewegt sich in Richtung Norden, um Sven's Ranger zu unterstützen. Der zweite Bogenschütze stellt sich zum ersten und feuert dann ebenfalls auf den Zombie. Aber auch der Schuss geht daneben. Squeaky rennt noch in Kontakt mit dem Zombie und damit ist auch die zweite Runde vorbei. Die Ereigniskarte ergibt einen Einsturz. Ein zufällig gewähltes Gebäude stürzt jetzt ein. Und natürlich erwischt es das, neben dem Sven's Ranger steht. Das Gebäude wird zerstört und alle Modelle innerhalb von 2 Zoll erleiden eine plus 4 Attacke. Der Zombie erleidet keinen Schaden, aber Tancret erleidet einen Treffer mit 23. Dem hat Sven natürlich nichts entgegenzusetzen und wir entscheiden auch, dass seine Parierenfähigkeit, mit der er einmal pro Spiel Schaden negieren kann, hier nichts bringt, weil ein Einsturz parieren ist irgendwie komisch. Und Tancret erleidet 11 Schadenspunkte und hat noch 4 Lebenspunkte übrig. Zuletzt ist noch Squeaky dran und er erleidet auch keinen Schaden. Sir Haskard hat keine Angst vor ein bisschen Geröll und bewegt sich in Richtung Tancret. Dieser aktiviert als nächstes und attackiert den Zombie. Er verliert das Duell spektakulär und wird nur durch seine Parierenfähigkeit gerettet, wodurch er keinen Schaden erleidet. Außerdem gewinnt er dadurch das Duell und kann auf Abstand zum Zombie gehen. Heggy bewegt sich an das Handgemenge heran und benutzt seinen Heilzauber, um 5 Lebenspunkte bei Tancret zu heilen. Dann greift der Zombie Squiggy an, aber nichts passiert. Der zweite Zombie bewegt sich auf die Bogenschützen zu. Fidorius aktiviert und verwendet ebenfalls seinen Heilzauber auf Sven's Ranger, der jetzt nur noch 2 Schadenspunkte hat. Und dann bewegt er sich in Kontakt mit dem Zombie. Ein Bogenschütze feuert auf den zweiten Zombie und erreicht wieder nichts. Stumpy bewegt sich nach Süden, um Diego und die Bogenschützen zu unterstützen. Diego schließt sich Fidorius an und bewegt sich in Kontakt mit dem nächsten Zombie. Und dann feuert noch der zweite Bogenschütze und verursacht 4 Punkte Schaden. Squiggy attackiert den Zombie mit Unterstützung der 2 Doggos und verursacht ebenfalls 4 Punkte Schaden. Wir ziehen wieder eine Ereigniskarte und das Ergebnis ist Krankheit. Am Ende des Matches müssen wir für ausgeschaltete Modelle testen, ob sie an einer Krankheit leiden. Sir Huskart bewegt sich in Kontakt mit dem letzten Hinweismarker und durchsucht ihn. Wir finden mitten im Geröll des eingestürzten Gebäudes einen Überlebenden, den wir jetzt beschützen müssen. Tonkre fasst sich ein Herz und greift den Zombie erneut an. Und mit Unterstützung von Squiggy und den Doggos schafft er es, ihn auszuschalten. Hegi bewegt sich zum Brunnen in der Mitte und feuert dann mit seinem Bogen auf den Zombie. Aber auch er verfehlt den anscheinend enorm flinken Untoten. Der Zombie stürzt sich jetzt auf Stumpi. Dieser verliert das Duell und erleidet 2 Punkte Schaden. Diego spurtet wieder Richtung Mitte und einer der Bogenschützen stürzt sich in den Nahkampf mit dem Zombie. Und auch hier gewinnt wieder der Zombie und der Bogenschütze erleidet 4 Punkte Schaden. Stumpi aktiviert und attackiert, allerdings ohne Ergebnis. Fedorius bewegt sich ebenfalls zu den anderen und der zweite Bogenschütze stürzt sich ebenfalls in den Nahkampf und er schafft es endlich, den Zombie auszuschalten. Squiggy bewegt sich ebenfalls noch Richtung Mitte. Der Rest des Spiels verläuft ziemlich ereignislos. Unsere Kämpfer versammeln sich in der Mitte des Spielfelds. Es tauchen noch 2 Ratten auf, die aber von unseren Helden konsequent entsorgt werden bzw. mit Pfeilen gespickt. Dann erscheinen noch 2 Zombies, denen sich unsere Helden natürlich tapfer entgegenstellen und im Pfeilhagel sowie unter den Beißzähnen von Sir Huskart fallen auch die letzten Untoten. Damit endet das erste Szenario erfolgreich, wenn auch mit einem tragischen Ergebnis für unsere Doggos. Aber sie werden nicht aufgeben, bis der Auftrag ihres Herrchens zu Ende geführt ist. Durch ausgeschaltete Gegner und erreichte Missionsziele haben alle unsere Ranger genug Erfahrungspunkte gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Gutes Spiel, Sven und Gideon. So, das war mein erstes Match. Rangers bzw. Doggies auf Shadow Deep. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so wahnsinnig groß in den Kritik-Part zum Spiel selber reingehen, weil es gibt noch ein zweites Match. Das werde ich wahrscheinlich auch direkt nächste Woche bringen, wenn nichts dazwischen kommt. Also nagelt mich nicht drauf fest. Bei mir ist immer alles ein bisschen komisch. Aber ich wollte kurz nur ein, zwei Sachen ansprechen. Das erste ist das Thema Schwierigkeitsgrad. Ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben das Ganze ziemlich geroffelstumpt so ein bisschen. Also wir sind da durchmarschiert ohne Probleme. Das liegt einerseits daran, dass wir das erste Szenario gespielt haben, also das allererste, wo eben noch alles sehr einfach ist, das auch vor allem zum Lernen gedacht ist. Dann haben wir auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Es gibt allerdings noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Das haben wir leider erst ein bisschen später gesehen, weil der in einem FAQ quasi reingekommen ist. Der ist vor allem auch empfohlen für Spiele mit mehr als zwei Rangers. Also in dem Fall, wie wir es jetzt gemacht haben mit den drei Rangers, sollte man eher auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, dann ist es noch ein bisschen fordernder. Und der letzte Punkt ist halt bei Rangers of Shadow Deep, wie bei den ganzen McCullough-Spielen, ist es mit dem Balancing sowieso ein bisschen schwierig. Ihr habt das vielleicht jetzt gesehen. Während dem Spiel, wir haben die ersten paar Zombies ohne Probleme totgekriegt und haben uns dann an ein, zwei Zombies irgendwie fast die Zähne ausgebissen. Und die nächsten Zombies, die dann am Schluss gekommen sind, die haben wir einfach wieder weggewischt, als wäre es nichts. Das ist halt mit dem W20-System so. Das kann super schnell in die andere Richtung losgehen. Und mal gucken, wie es beim nächsten Match wird in der nächsten Woche. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Da geht es dann nicht nur gegen Zombies, sage ich gleich dazu. Ja, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist ein kleines Dankeschön. Und zwar erst mal an den Sven, der diese super, super schöne Spielplatte hergerichtet hat, dem auch die Figuren alle gehört haben, bis auf meine Doggies, die ich da mitgebracht habe. Zu denen sage ich gleich noch was. Und das Gelände und alles. Der hat auch einiges dafür vorbereitet. Und natürlich auch viel an den Gideon, der mitgespielt hat, seinen Sohn. Und das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und das Zweite Match hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Und noch an den anderen Sven würde ich mich gerne auch noch mal bedanken. Der hat nämlich die Figuren anbemalt, die Doggie-Figuren, die ihr im Spiel gesehen habt. Meine Dungeons & Doggies-Figuren. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr die herbekommen könnt. Die sind richtig, richtig cool, die Minis. Aber was ich eigentlich gerne machen will, ist euch auf eine Kleinigkeit hinweisen, weil der Sven ist der Freund meiner Schwester und die beiden sind extreme Tierfreunde. Und die sind beide sehr engagiert im Bereich Tierrettung. Das heißt, die sind da beide ehrenamtlich tätig, investieren da wahnsinnig viel Zeit darin, Tier zu helfen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil ich bin auch ein großer, großer Tierfreund. Und die sind da eben in diesem Rettungsdienst tätig. Und ich habe gedacht, wenn mir der Sven schon so super coole Figuren bemalt und auch noch Doggie-Figuren bemalt, dann gebe ich zumindest in der Form ein bisschen was darauf zurück, dass ich darauf hinweise, dass bei diesem Tierrettungsverein man Unterstützung geben kann. Sei es jetzt als ehrenamtlicher Helfer oder einfach indem man eine Kleinigkeit spendet. Das ist auch bei denen super einfach. Die haben, verlinke ich euch natürlich alles noch mal in der Videobeschreibung, in ihrem So-kannst-du-helfen-Bereich, verschiedene Optionen. Und eine Option davon ist eine Amazon-Wunschliste. Da könnt ihr einfach draufgehen und da könnt ihr dann einfach Sachen bestellen für die, die die einfach brauchen für ihren täglichen Bedarf. Also da sind wirklich Sachen dabei wie Tierfutter oder Ferngläser oder verschiedenste Sachen. Einfach was, dass die dann eben in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Und ich finde, das ist auch wirklich wert, weil das ist eine ganz tolle Sache, die die da machen. So, da wollte ich einfach nur noch mal drauf hinweisen. Wie gesagt, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn dann die zweite Mission beziehungsweise das zweite Szenario der kleinen Mission kommt und das Ganze zu einem Abschluss gebracht wird, diese Mini-Kampagne. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch nach dem Wochenende wieder ganz normal zu meiner Hobbywoche und dann ganz regulär auch zu anderen Videos. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich sage jetzt mal nicht, wie ihr mich unterstützen wollt, unterstützt mal lieber den Tierrettungsverein. Das freut mich genauso. So, und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.